Wie verifiziere ich mein Discord-Konto? Discord ist ein kostenloses Programm, das Sie auf Ihrem Telefon, Computer und Browser verwenden können. Dieses Programm verfügt über verschiedene Funktionen, für die Sie Ihr Konto bestätigen müssen, um einige Arbeiten auszuführen. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Discord-Konto zu verifizieren. Nach der Registrierung bei Discord wird Ihnen eine E-Mail mit einem Link zur Verifizierung Ihres Kontos zugesandt. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, mit der wir das Konto erstellt haben. Hier sehen Sie die Bestätigungs-E-Mail. Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie auf E-Mail bestätigen. Ihr Konto wird einfach verifiziert. Hier gibt es mir einen Fehler, weil ich mein Konto bereits verifiziert hatte. Wenn Sie Ihr Konto noch nicht verifiziert haben und diese E-Mail zum ersten Mal an Sie gesendet wird, wird Ihr Konto durch Klicken auf E-Mail bestätigen bestätigt.